Ich meine, entschuldige, ja echt, ich meine, digitaler Download, das ist Trottel einfach. Auf Knopfdruck hast du es am PC, am Handy, am Laptop oder sonst wo, ja, kannst du die ganze Musikgeschichte, also irgendwie 10.000 Songs einfach in die Hosentasche stecken, ja. Und wer es nicht kaufen will, kann es mieten, Streaming-Service heißt es, ja. Ich meine, ich finde wirklich, wenn man die Welt nachhaltig verändern will, muss man auch ein bisschen offen sein, ja, sonst packe ich es nicht. Bis zum nächsten Mal.